Achtung, Notfall. Es brennt im Tunnel. Lebensgefahr. Wir befinden uns hier heute im Wesertunnel im Landkreis Cuxhaven. Hier die Verbindung zum Landkreis Wesermarsch bei unserer zweijährlich stattfindenden Großübung der Feuerwehren und des Rettungsdienstes. Heute in unserem Einsatzszenario war die Lage, dass ein Lkw in Vollbrand steht in der Nordröhre des Wesertunnels. Es wurden diverse Pkw-Fahrer hinter diesem Lkw in ihren Fahrzeugen eingeschlossen und mussten durch die Feuerwehr gerettet werden und danach weiter durch den Rettungsdienst versorgt werden. Bei dieser Großübung nahmen 150 Feuerwehrmänner und Frauen der freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Lockstedt und Staatlandteil. Zusätzlich wurden sie von 80 Einsatzkräften des Rettungsdienstes aus dem Landkreis Wesermarsch und Cuxhaven unterstützt. Bei dieser Großübung wurde erstmalig ein neuer Einsatzplan erprobt. Dieser Einsatzplan wurde zuvor ein Jahr lang in der Theorie ausgearbeitet durch die verschiedenen beteiligten Organisationen und heute die erste Mal praktische Anwendung. In diesem neuen Einsatzkonzept ist nun mal die Devise löschen, um zu retten. Daher ist unsere primäre Aufgabe zunächst im Straßentunnel das Feuer zu bekämpfen. Das Feuer muss bekämpft werden, um danach eine bestmögliche Chance zu haben, möglichst viele Personen noch zu retten. Unsere große Herausforderung hier im Wesertunnel sind einmal die langen Wege, lange Anfahrtswege für Fahrzeuge. Wir fahren immer durch die nicht betroffene Röhre in den Tunnel ein. Durch die Querschläge arbeiten wir uns in die Schadensröhre. Dort sind lange Wege zu überbrücken unter schwerem Atemschutz. Wir haben dort mit enormer Hitze und auch Rauchentwicklung im Ernstfall zu kämpfen, sodass es auch sehr körperlich belastend für die Einsatzkräfte ist. Heute das erste Mal dieses neue Einsatzkonzept. Man muss sagen, es hat schon für den Anfang sehr gut geklappt. Es gibt noch feinere Stellschrauben, wo nochmal nachgebessert werden muss, vor allem im Bereich Funktechnik und auch Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren beider Kommunen. Es gab noch leichte Abstimmungsschwierigkeiten. Diese werden aber jetzt abgestellt, sodass auch weiterhin die Autofahrer im Wesertunnel sicher hier durchfahren können. Hier im Wesertunnel kam es glücklicherweise noch zu keinem Brandereignis. Der Wesertunnel ist seit jetzt 15 Jahren eröffnet. Wir wurden lediglich einmal zu einem Brandeinsatz alarmiert, dort aber in der Technische Überwachungszentrale, sodass der Wesertunnel eigentlich als sehr sicherer Tunnel zu bewerten ist. Untertitelung des ZDF, 2020